Ich lasse die Klöcke aus. Ich lasse die Klöcke aus. Ich lasse alle deutschen Mips. Ich lasse die Klöcke aus, ich lasse die Klöcke aus. 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 Zweimal Hibano-Neuladung blockiert Aber die eine ist nicht mehr verstehend Ja, ich würd sagen, pass auf da Da fehlt die Deluxe Hier ist noch ne Twitch Drohne die Hinter mir geht jetzt auch Vor der Einzeltür war noch einer Scheiße Ja, der ist auch gleich einer Hinter der echten Wand Ich hab das Loch hier im Blick Fieber Ist hier jemand angefragt? Ist hier jemand angefragt? Für Cams kann ich leider nichts mehr durchsagen Ah doch, das Loch da in der Wand kann ich noch durchsagen Ist er weg? Hab einen in dem Loch Zweite Innentür wird durchgesprayt Scheiße Doppel, äh, Außentür kommt jetzt einer Doppel, äh, Außentür kommt jetzt einer Flasht Flasht Wächse Magazine Wächse Magazine Da 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 fehlen für zig Sekunden Innen wird aufgeschlagen Ja, die schlagen die Es ist gerade einer in mein Gift gelaufen, oben Glauben Daniel Glauben Daniel Glauben Daniel Glauben Daniel Glauben Daniel Ja, egal Ja, ist ja egal Das Neues, ja Achtung vor dem Drohnenloch Fieber Ne Wächse Magazine Einzeltür 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 Außen Nein, 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 nein. Wir können die Innenseite nur sagen. Twitch-Tron ist in den Keller. Außen? Außen ist die Leiter. Ja, wenn die hochkommt, Leiter, dann habe ich die. Außen ist tot. Außen ist tot. Okay, dann ein Team. Ein Team. Nice, Daniel. Nice, Daniel. Nice, Daniel hat mich die ganze Zeit markiert noch. Toll, hat der aber ein bisschen gepennt, du. Zum Glück. Zum Glück. Noch mal auf die Höhe. Höchstwahrscheinlich gehen die Keller. Kannst Küche fusen. Ding, ding, ding. Nice, nice, nice. Nice, nice, nice. Den Standort des Bio-Gefahrgut-Gehälters finden. Ich bin Küche reingefahren. Garage ist weg. Ich will checken, wenn die hochkommt, sind. Ja, Keller, safe call. Die haben Umbrella. Check. Ach, scheiße. Ja, Abela. Also Umbrella ist aber safe. Ja, man muss die jetzt echt markieren, damit man die aufdeckt, die Operator. Die, man identifiziert die nicht mehr. Mein Tank, ja. Ja. Voll boostet eigentlich. Voll boostet eigentlich. Ja. Noch 10 Sekunden. 5 Sekunden bis zum Einsatz. Position des Bio-Gefahrgut-Behälters unbekannt. Erlaubnis zum Angriff. Gehen wir über Leiter trotzdem. Versuchen wir es. Ja. Oh. Ich glaube, Küche ist schon offen, oder? Ja, Küche ist schon der Kühlraum auf. Alles cool hier. Alles cool hier. Ich bin auch mit der Drohne gerade hier drinnen. Denk an die Camer. Hier ist auch einer, direkt bei der Falltür. Die, die, die Ela. Die ist jetzt gerade wieder rausgelaufen. Doch, die, die ist noch hier in der Tür. Nee, der Falltür. Ja, hier ist eine Falle. Jetzt ist sie wieder raus. Hast du Gang gecheckt, Fida? Nee, Gang nicht. Nee, Gang nicht. Guck mal zu dir, Franzel. Franzel. Wollt ihr zur Falltür gehen, Eric? Wollt ihr zur Falltür gehen, Eric? Ja. Oh, Bad Aim! Warte, Ela ist tot. Warte, Ela ist tot. Sehr gut. Boah, war das von uns beiden gerade Bad Aim, ey. beiden gerade Bad Aim, ey. Wichsel in das Magazin. Ich bin bei dir, Franzel. Ich bin bei dir, Franzel. Achso, geht schon auf. Okay. Okay, Falser geht auf. Und ich habe ein kleines Loch über raus, also raus, also raus, also raus, also raus. Sonst noch was offensivt, Beuys? Äh, schaff, bei dir Tür ist aber immer noch zu. Äh, vorhin war was, oh, Mann. Ihr feilt Tür ist immer noch zu. Ihr feilt Tür ist immer noch zu. Leck. Ach, nee. Ihr kriegt komisch nicht wirklich durchgekrochen. Ich bin wirklich durchgekrochen. Also ich wurde von unten mit C4 geholt. Ja, ich würde von oben drüber geholt von Kavira. Von Puls. Also Puls ist Safe-Call. Ihr müsst ja aufpassen. Ja, okay. Wurzeln, konzentrieren wir. Aber warum ging die scheiß Falltür wieder? Ach, scheiße, Kavira wird die von oben abgeschossen haben. Das kann sein, ja. Ja, die habe ich ja ohne Problem von oben geholt. Nein, scheiße. Nein, scheiße. Das ist die gleiche. Ja, ich habe heute für den Spray gemacht. Ja, ich habe heute für den Spray gemacht. Ja, ja, klar. Weg den der Tür gerade aus. Weg den der Tür gerade aus. Weg den durch. Ah, genau. Ah, von hinten. Ah, fuck. Ah, von hinten. Ah, war erst bestimmt die letzte Krugel. Da haben sie wenigstens Keller. Ja. War unser Plan. Absolut. Darauf läuft unser Plan fast immer hinaus. Darauf läuft unser Plan fast immer hinaus. Wollen wir zum Badezimmer einschließen? Uh, das klingt gleich sexy, ja. Uh, das klingt gleich sexy, ja. Uh, das klingt gleich sexy, ja. Gehen wir schlafen? Zu viert. Zu viert. Naja, Keller. Naja, Keller. Keller, okay. Ja, nachher schließen wir es zu vier dem Baumeiten. 9 zu 5 direkt. Wir müssen den Bio-Gefahrgutbehälter schützen. Den Raum sichern. Oh mein, ist das so viel schneller. Viel schneller. Loll. 10 Sekunden noch. Es bleiben 5 Sekunden. Der Boden ist verstanden. Der Boden ist verstärkt. Es ist laut. Die Gegner konnten den Bio-Gefahrgutbehälter nicht sehen. Rapp, mach dir nochmal zu, bitte. Rapp, mach dir nochmal zu, bitte. Rapp, mach dir nochmal zu, bitte. Störsänder bereit. Störsänder eingesetzt. Störsänder eingesetzt. Von Tunnel. Von Tunnel. Von Tunnel. Scheiße Schuss, wenn die von Tunnel kommen. Tunnel, 5 bis 6. Nur ne Drohne. 5 bis 6. Nur ne Drohne. Oder auf, geisch die Tür. Oder auf, geisch die Tür. Oder auf, geisch die Tür. Ja, die kommen, die kommen, die kommen. Hab zurückgedrängt. Achso, Tunnel, sorry. Achso, Tunnel, sorry. Tunnel, richtig Tunnel. Richtig Tunnel. Richtig Tunnel. Du passt Garage auf Steppe, äh Franz. Du passt Garage auf Steppe, äh Franz. Du passt Garage auf Steppe, äh Franz. Ja. Irgendwo geht Hibana. Steckengang-Seit-Tür. Steckengang-Seit-Tür, komm. Ich guck weiter in den Tunnel. Ja, jetzt. Okay, die sind bei der Fallstür. Die sind bei der Fallstür. Nein, nein. Meine Ladung ging hoch. Meine Ladung ging hoch. Doppeltehr hier unten im Flur ist offen. Doppeltehr hier unten im Flur ist offen. Das ist nur so eine Millimeter Bewegung. Also Falltür war hier bei der Bahn einfach noch. Ich kann Tunnel jetzt nicht mehr decken hier. Die laufen jetzt in den Seiten rum, Lukas. Einer ist doch schon durch. Bei dem anderen, der hat die Camp geholt. Das kann ich nicht sagen. Da waren auf jeden Fall zwei. Sehr gut. Ah, Mann. Kann die Fortfüße sich noch in die Luft sprengen, oder was? Blende ich die Säune, finde ich trotzdem. Kontaktgranate! Nein, ich hätte nicht blöde. Nein! Nein! Da stehen Dicke da bei dir in der Pekom-Grad. Ach, Scheiße. Das Problem bei Keller sind echt die Falltüren. Wenn die die haben, dann haben die so eine Sicht in den Raum rein. Das ist anormal. Mhm. Also du hast unten nicht mehr viele Deckungsmöglichkeiten. Das ist das Problem. Selbst hinter den Regalen, das bringt es nicht. Und hier noch sein. Und hier noch sein. Und dann. Ruhe. Hue. Noch oben. Noch oben. Öffnen gehen alle. Nur das Wartezede Me poquito rein. oder wurde das vielleicht gepatcht ja sind oben Strom mit Stachelrad sonst kommt man doch immer das ist so leicht angekackt 10 Sekunden Pulse noch ja Pulse ist billiertisch Achtung der will spray in bis jetzt direkt schon in die Camp ja sorry ja ich bin drin alles ruhig noch hier ja ich mach jetzt die Paltier auf ja ich mach jetzt die Paltier auf ja ich mach jetzt die Paltier auf mach jetzt die Paltier auf ok kannst los ok kannst los Mira auf jeden Fall dann noch von wo wurdest du geholt ach da sind die Fenster die sind offen oh das hat sich eben gar nicht gesehen oh das hat sich eben gar nicht gesehen das ist gerade uncool hab ich auch nicht gesehen hab ich auch nicht gesehen ich würd dann eher versuchen das Teil aufzumachen um die vielleicht da zu blockieren oder wo ist er am Stripclub oben wo ist er am Stripclub oben ach man jetzt nervt nicht hier rum ja hier ist auch gar kein Mira Fenster ja hier ist auch gar kein Mira Fenster ja hier ist auch gar kein Mira Fenster was hier sind beide bei mir ach da Raph wurde von hier geholt ach da ach da ach da ja ich wusste es warum legt denn der das nicht oben ran das scheiß Teil ne boah ich hab kein Bock mehr auf das Game ne schön Franz war das Mira? war das Mira? ja ja die unten in der Ecke ja die unten in der Ecke ja die unten in der Ecke die eigentlich gewesen sind die eigentlich gewesen sind ja Puls Puls da kommt sehr schön da kommt sehr schön damal jetzt bleiben noch 15 Sekunden ok gleichzeitig rein Oh, Scheiße, bei dir irgendwo, ja, ein Gegner verbleibt. Zwei, du musst rein. Ich hörst, hinter dir, hinter dir, hinter dir. Sauber. Nice. Oh, nice. Oh, nice. Das wär knapp. Das war knapp. Das war knapp. Habt ihr gut gemacht, die beiden. Jep, danke. Sehr gut. Probieren wir noch mal Kellern. Probieren wir noch mal Kellern. Dann wir machen. Dann vielleicht Fall in Richtung Dings legen, oder haben die danach später noch viel Druck gemacht von da? Okay, Chef. Gang meinst du? Ich werde auf jeden Fall jetzt eine Fall in den Gang hauen. Wir könnten den auch verstärken, oben. Wir brauchen ja alles an Bände, ne? Ja, wir brauchen alles. Jetzt auch diesmal eine Falle da reinwerfen. Wir müssen den Bio-Gefahrgutbehälter schützen, den Raum sichern. Ich kann hier keine Fallen in den Gang legen. Ich kann hier keine Fallen in den Gang legen. Ich kann hier keine Fallen in den Gang legen. Das ist wahrscheinlich zu uneben. Das kann ich nicht genügen. Ja, das kann sein. Ja, das kann sein. Na, hier geht's. Wow, da liegt die aber mitten im Gang. Das ist kacke. Nein. Ich werde per Hunze da nicht eine Falle führen. Warte, Rapp, warte, Rapp. Warte, warte, warte. Ja, ich hab jetzt keine. Ja, egal. Mach zu, Rapp, mach zu. Warte, warte, ich geh auch mit auf hin. Ich geh auch mit auf hin, sieh. Müsst du warte, ich geh auch mit auf hin, sieh. Hörer müssten überlegen. Komplett auf hin oder jit. Wird fast hier oben staan. Passenen keller auf. Also die gehen wieder, glaube ich, über gang. Ich glaube, für, für. Ich hab meine zwei Wände noch, dann hätt ich doch Gang zu machen können, eigentlich. Falte es auch. Ja, Gang ist offen. Ab die Banner. Ich bin Daniel. Und geht nicht auf hier, ach verdammt, ich wurde aber auch geholt, scheiße. Von Sledge, von Bar aus, zu Strip Club. Da waren zwei auch. Gang. Aber Falte können hier schon mal nicht aufmachen, wenn ich keine Tür mache. Ich hatte Sledge und Ying-Yang auf jeden Fall noch gesehen. Ja, Ying-Yang. Also, Kellerflür können wir doch sagen. Ja. Also diese... Und Garage auch. Ich brauche Garage. Okay, jetzt kommt dann ein langer Flür, also über Treppe runter. Nein! Fuck! Du musst... Die Tür rechts ist auch offen. Du musst einen schnell töten. Weitere Zugriff auf den Bio-Gefahrgut-Behälter verhindern. Ach, scheiße. Mann, ey, ich töte da... Ich hab in beiden Runden zwei Typen unten getötet, aber da kam jeweils der Dritte, der mich geohlt hat. Oh, wenn die noch einen Schritt weiter nach links lag, noch meine Frost-Mod inne. Oh, Mann. Das sind Hurensöhne, Mann. Das sind Hurensöhne. Ich hab keinen Bock mehr. Doch, ich hab noch Bock. Fürs Team. Die gehen bestimmt wieder gleicher Raum weg. Oben? Vielleicht probieren wir auch Garage. Vielleicht probieren wir auch Garage. Also wenn die oben gehen lieber, dann würde ich gerne die Außenwand weglassen und von der anderen Seite die eine Wand aufmachen. Soll ich von hinten gehen? Nee, von der anderen Seite die eine Außenwand und dann hinten Badezimmer aufmachen. Ja, 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 ich weiß, was du machst. Ja, 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 ja. Wenn die noch mal oben sind, weil mit dem Mira Fenster da das... Wenn der mich nicht da am Fenster gesnackt hätte, wenn der die Materie sich gelegt hätte, dann hätte der mich dann danach gelegt. Klingt nach oben, aber ich werde es noch... Ja, ist oben, da hat wieder Strom. Die Dingens gemacht. Achtung, Treppe ist Strom. Dann mach mal einen anderen Spawn, Erik. Mach mal einen anderen Spawn, Erik. Ja. Äh, welcher ist das? Hauptturm? Nee. Ach, da ist das, ja. Wir müssen aber aufpassen, die wir in der Form von ihr Puls rum. Mhm. Mhm. Gut. Fünf Sekunden bis Einsatz. Kann ich noch safe callen? Noch safe callen. Weiter zum Bio-Gefahrgut-Behälter und diesen sichern. Die Drohne, wenn man hochspielen macht, der aufpasst keinen Schritt mehr nach vorne. Ja, das wurde auch geupdatet, das hab ich auch gemerkt. Ja. Ja, hast du eine? Ja, hast du eine? Ja, danke. Weiß was. Biss. Weiß ich. Was war das? Was war das? Was war das? Ne, ich erkenne das Zeichen nicht. Zeichen nicht. Ne, von der Operator, wäre das warm. Achtung! Achtung, Franz, geh weg, geh, weg, geh, weg! Boah! 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 Hashtag wie geplant? Nein, ähm... Also Fitnessraum ist clean, Eric. Fitnessraum ist clean, Eric. Gang! Moment, da geh ich jetzt hin. Moment, da geh ich jetzt hin. Moment, da geh ich jetzt hin. Boah! Boah! Treppe und eine an der Tür. Ja, Treppe ist Traum gelaufen. Fetscher kurz, bitte ich. Fetscher kurz, bitte ich. Ne ist nix. Ach mein Dagell, was machen wir denn? Muss ich dich wieder heilen? Ja... 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 Wenn du eine Sprengung hörst, Eric, kommen sie wahrscheinlich von hinten, ne? Wenn du eine Sprengung hörst, Eric kommen sie wahrscheinlich von hinten, na? Ja. Feierabend, Feierabend. Feierabend, Feierabend. Der Operatorzimmer ist offen. Smoke. Ja... Und äh... Gift. Da ist einer drin bei dir. Da ist einer drin bei dir. Neben dir, neben dir, neben dir. Neben dir, neben dir, neben dir. Bei mir? Bei Frost. Ja, bei dir. Ja, bei dir. Derrick. Ja, boah, ich seh nix hier. Da war einer drin gerade. Boah, wandert denn dieses scheiß Gift auf, ne? Du musst das rausziehen. Das kann doch nicht sein. Du musst das rausziehen. Ach so. Ja, das wusste ich nicht. Und da war gerade einer bei dir drin und... Ja, ich hab schon versucht, den von oben zu sprayen. Tut mir leid, aber ich hatte dieses Gift in mir. Ja. Ja. Ja, das ist im Raum im Badezimmer. Das ist im Raum im Badezimmer. Ja. Raft, versuch mal zu pushen ein bisschen, dass FIFA da nicht so alleine ist. Ah, Raft pusht da relativ scheiße. Oder, ah doch. Ah. Ja. Ach. Ah, ne der ist nice. Ah, da wurde der warte gierig. Da wurde der warte gierig. Gott sei Dank wurde der gierig. Ja, das war der Plan, oder nicht? Du hast ja eine Fähigkeit in Frost's Map reinzulaufen wie der extra für das Team genutzt, ne? Ich sagte ja, das Glück ist heute auf unserer Seite. Der Garage ist der einzige Raum, der funktioniert hat. Ja, jetzt weiß ich auf jeden Fall auch, dass man diese scheiß Stachel rausziehen muss und dann ist alles gut. Fuck ey, da hab ich das gerade aufgeregt. Das hat mich so nervös gemacht. Weil ich versucht habe, ich dachte das wäre eine Giftwolke und ich habe versucht der auszuweichen. Ich hoffe auf den einen Typen nicht. Läuft der rein, holt mich durch die Falltür und läuft wieder raus oder wie? Das war doch gar nicht wahr. Wie war? Machst du diese Nebenwände oben? Die Nebenwände oben? Die hier, meinst du? Also die zum anderen Raum. Also die nach außen führen. Die hier? Nee, 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 die wirklich rechts. Die hier? Genau, die. Ja, genau. Das ist für der Wand. Ich bin die ganze Zeit noch entdeckt oder? Ich komme wieder in den Raum gleich rein. Ich komme wieder in den Raum gleich rein. Offensiv hat vorhin ja gar nichts gereicht. Ja, ich bin so. 5 Sekunden. Ich bereite die Nadeln vor. Ich denke mal diesmal werden die auch Fetscher dabei haben. Wir sind alle defensiv, oder? Wir sind alle defensiv, oder? Boah. Maktik-Ansumänderung hier. Alle komplett im Baum ist er warm hier. Alle komplett im Baum ist er warm hier. Dennoch rausgehen, wenn ihr möchtet. Ja, gefecht. Gehen wir auf. Gehen wir auf. Scheiße. Tschüs, schlau. Tschüs, schlau. Hab einen angefragt. Der hinten dran ist der noch. Noch, nä, leicht. Noch, nä, leicht. Vielen Dank. Und? Gehen wir rein? Müsste ich kriegen. Hab's es? Nice, das war die zweite. Innentür wurde auch wieder aufgemacht. Arbeit. Ein Rundenloch. Bein hinten angeflächte Sturmloch. Ein Rundes. Ein Rundes. Oh, so nix hat mich. Es liegt aber noch so eine Blendkanasse. Dann hat man gar nichts mehr. Oh, natürlich. Da ist noch eine Blend. Haupttür. Die kleine. Also Innentür ist einer. Ja. Ach, das war die Außen. Und draußen jetzt auch. Außen ist das nicht gut. Oder unter dir. Der läuft jetzt wieder weg. Der läuft jetzt wieder weg. Der läuft jetzt wieder weg. An der Wand. Wand. Nur noch 15 Sekunden. Unten Tür ist der drinnen. Wand jetzt auch ist drin. Ja. Ah, hat die keine. Wow, super. Also eine direkt unter die Bieder. Und eine an der Tür, genau. Cut den anderen down. Cut den anderen down. Nur noch Tür. Nur noch Tür. Hast du noch C4? Hast du noch C4? Ja. Dann ab da. Reicht nicht. Boah! Ah, der ist da in der Ecke jetzt. Boah, das sah so aus, als ob der da komplett durch C4 durchgelaufen wäre, ey. Der gesprengt und dann kam er. Ja, ja. Aber trotzdem, wie die Ecke den gerettet hat, ey. Ja, 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 ja. Oh Gott, ja. Knapp wieder, aber knapp. Das hätte wahrscheinlich gereicht. Ja, ich hab da zwei Klassiker-Ganaten reingehauen. Ich hätte Fleisch runter springen sollen. Das ist ein Glück, das macht viel. Ja. Also merken, das reicht nicht für eine Distanz. Nächstes. Nächstes Mal springen ich runter. Ja. Ja, kann ich machen. Ja, kann ich. Wer bist du denn? Hibana. 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 Ja, wo lang? Ja, wo lang? Dann gehen wir einfach oben, safen, von oben nach unten ab. Okay. Viva! Äh, das klingt wie so ein Problem mit der Fallschirm. Ja. Absolut, ja. Absolut, ja. Äh, Keller, safe cool. Wir haben äh... Ich hab immerhin die Hälfte. Yin-Yang. Nee, Ping-Pong ist das. Yin-Yang ist die Offenbarung. Äh, ja, ja, Ping-Pong. Ping-Pong, Yin-Yang. Bakery haben die auch. Bakery haben die auch. Geht's to fight you? Geht's to fight you? Geht's to fight you? Einsatz in 10 Sekunden. Ein Einsatz in 10 Sekunden. Einsatz in 10 Sekunden. Einsatz in 10 Sekunden. Sehr schön. Der Bio-Fargot-Behälter wurde lokalisiert. Weiter zum Bio-Gefahren. Da fehlt jetzt noch einer. Ja, vorhin hatten die Pulse. Weiß ich auch nicht. Und Cabera. Wetter. 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 Warum? Wetter. Kannst duabor legen? Okay, dann kannst du den mal legen, aber... Verwege die... Verwege die... Sie camp? Sie camp? Okay, halt einfach oben mal den Blick, dann mach ich mir das, die Banner legen. Ja? Welche Camp? Deine? Standard Camp. Standard Camp? Äh, ne. Mach shit. Ich hab unten eine Giftfalle zerstört. Ich hab unten eine Giftfalle zerstört. Ja. Die war auch dahinter. Hast du den Gang gecheckt oder checkst du gerade oben? Ich check oben, ich will wieder die Partie aufmachen. Sehr schön. Ja, okay, ich check mir den Gang selbst. Ja, äh, Ella ist im... Ne, Ying ist im Gang. Ja, ich geh jetzt oben durch die Partie einfach rein und... Äh, nicht fusen, RAF nicht. Ah, sorry. Du fused eigentlich nur in... Jetzt hat der sich komplett zurückgezogen, Erik. Jetzt hat der sich komplett zurückgezogen, Erik. Ich sag's dir gleich, falls der meine Drohne noch nicht hat, bitte nicht. Nein, der hat die noch nicht. Nice. Nee, der ist in der Ecke da. Ach, scheiße, jetzt hat der meine Drohne. Alter, der hat irgendwo eine Giftfalle... Hab ihn. Äh, die liegt, hab ich seh' die nicht schwingen. Nice. Hab ich die... Ich seh' die... Ich seh' die... Hab sie. Hab ne Gutfalle zerstört. Habt ihr? Habt ihr eine? Nein, hier bei mir ist noch eine. Okay. Okay. Aber egal. Auch da ist doch einer. Ich hab ne... Ich hab ne... Daniel, gehst du in meine Drohne? Daniel, gehst du in meine Drohne? Daniel, gehst du in meine Drohne? Jaaaa... Also Treppe gehen wir dann. Die... 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 Ist doch die bei der Bar, oder? Genau, die in der Bar. Genau, die in der Bar. So nicht, dass da was kommt. Da hab ich mir nicht... Also nicht Treppe runtergehen, da guckt äh... Jäger. Also Haupttreppe runter. Zeit, eine neue Tür zu sprengen. Sagt doch, wenn ihr Zugriff machen wollt, ich bin bereit. Mach ruhig auf. Mach ruhig auf. Mach ruhig auf. Ach, kacke. Ach, kacke. Wo war der? Vor der Tür hier stand direkt Vakery, Eric. Die ist weg. Die ist weg. Die ist weg. Die kommt, die kommt. Die ist bei mir. Sauber, sauber, sauber. Hab's. 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 Okay, wir müssen jetzt gleich machen. Ja, einer ist in die hintere Ecke gerannt. Castle, glaub ich. Einer ist hier. So. Au, ich hab den übelst angefragt hinten in der Ecke. Das war volles halbes Leben noch. Was ist der denn? Hintenlinks. Jäger ist äh... Im Nebenraum. Einer vom eigenen Druck verbleibt. Ah, fuck it, ey. Ich hab keinen Schuss. Eigener Druck neutralisiert. Schuss mehr Magazin. Scheiße. So, entweder wir probieren nochmal Keller oder wir gehen in den Schlafzimmer. Ne, Keller hat zweimal gar nicht funktioniert. Ich würd dann eventuell sagen, probieren wir Schlafzimmer, oder? Ja. Fällt uns übrig. Kann ja nur besser funktionieren. Ja. Und auf jeden Fall Castle. Ja, ich nehm Bandit. Oder willst du Bandit haben, Erik? Machst du den Trick denn immer? Neben dem Raum, oder? Ne, ich mach keinen Trick. Ich mach einfach nur die kompletten Außenwände unter Strom. Einfach nur die kompletten Außenwände unter Strom. Okay. Also nicht die Außenwand im Raum selbst, ne? Also nicht die Außenwand im Raum selbst, ne? Kann ich machen. Ja, die, die, die im, im, im Geldraum und die, ja genau. Ich hab's verstanden. Bin vor die Fenster machen. Bin vor die Fenster machen. Bin vor die Fenster machen. Äh, ok, Erik macht meine. Mach meine. Ja, ich, ich hab keine Ahnung, ich hab nur gesagt, Der Raft macht beide Zimmer. Dann, äh, gehen auf die Ecke, oder? Ach ja, die 1. Ne, ist nur Doppel. Ist cool. Gehst du die Treppe, Erik? Ah, mach du das mal lieber. Egal. Ich geh dann. Die kommen ja durch die Streppe. Einzel. Ja. Waterbauch. Loppetier gedrohen. Loppetier gedrohen. Loppetier gedrohen. Eingang präpariert. Nicht in den Explosionsradius kommen. Doppel. 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 Ok, bei mir wurde gefetschert. Kann sein, dass es jetzt aufgeht. Treppe ist gerade ungedeckt, ne? Flur ist ungedeckt, sagst du? Ich bin im Flur, ich bin im Flur. Hier habe ich schon gelegt. Ok, gut. Höre! Höre! Platziere C4! Sauberpranz! Sauberpranz! Warna blockiert! 2x Jetzt gefused. Äh, Nebenraum, da wo du normalerweise chillst. Ah, der hat die Späße hinterher. Und hier von Trittlis und Schießny durch unsere unversteckte Wand. Hier wurde gefetschert auch und Hibana macht die versteckte Wand von außen auf. Dämmig wieder. Und dein Fenster ist offen. Das ist linke. Das ist linke. Ist hier nichts mehr. Da kommt jetzt gleich jemand, Erik. Fitness ist, Ash. Ja, sauber. Die Tür hier mal aufmachen. Ja, die sind jetzt drin. Hat der uns jetzt beide geholt, ja. Scheiße. Ja, wenn der dich nicht gekriegt hätte, hätte ich dich wahrscheinlich abgeschossen. Ach, hier ist ja gar kein Loch. Nee, nee, nee. Hier gar kein Loch. Hier gar kein Loch. Hier gar kein Loch. Nee. Hier gar kein Loch. Ja. Das Problem, Raph, du darfst diese Tür da nicht zu machen. Guck mal, sonst komm mal danach, renne ich mir rein. Komm mal danach, renne ich mir rein. Ah, sorry. Ah, sorry. Ah, fuck it. Ach, fuck it. So, mir reicht's mit Rainbow für heute. Jo, miau. Jo, miau.